Herzlich Willkommen, ihr liebe Leute, in unserer Schule begrüßen wir euch heute. In der Schule, der sind wir heute alle. Wir sind hier, da habt ihr viele Fragen, darum wollen wir euch sagen, wie es in der Schule ist, ja, damit ihr es alle wisst. Herzlich Willkommen, ihr liebe Leute, in unserer Schule begrüßen wir euch heute. Herzlich Willkommen!